Ich will, dass die wiederkommt. Ich brauch doch eine. Du stinkst wie ein Pottwal. Objekt bewachen. Deine Hygiene war noch nie durch. So, Hundi, geh mal pieseln. So, und danach... Hayy, hayy, mach. Schon wieder. Ach, was für Hund erleben. Ja, ist schon, ne? Das hast du nix. Musst du dir das wirklich angucken? Ich geh mal jetzt hier hin. Nö, wir schnüffeln mal ein bisschen und heben das Bein. Oh, das tut gut. Oh, ja. Oh, yeah. So, jetzt noch hier ein bisschen Dreck drüber, damit es keiner sieht. Sofortläuft sich es leichter. Ja, direkt viel leerer. So, Alarm-Penis, ne? So, ach, ne, du natürlich nicht. Du bist... Ah, mal ein... Irgendwie das Empire Stack-Bild in gelb oder so. Irgendwie so. Ja, ich geh mal kurz aufs Klo. Spiel du mal eben weiter. Ich hab keine Ahnung von der Steuerung. Okay. Ja, linke Maustaste und... So, ja. Dann sitz ich hier jetzt alleine. Wie ihr sehen, das bin ich. Oh. Äh. Zum Strand. Nee, du musst nicht sein. Äh. So, irgendwie gehen wir schlafen. Äh, wie gesagt, ich muss mich erst mal reinfinden. Weil ich hab echt keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Alchemie recherchieren. Nein. Hoppen. Ja, komm. Zehn halb vier. Kannst du aufhören vorerst. Neun Uhr 30. Das ist denn bis neun Uhr. Robin bis... Zehn Uhr 30. Und ich schlaf nur bis elf Uhr 30. Robin ist wieder da. So, kurzer Platzwechsel. Du hast dich schlafen gelegt. Sehr gut. Wunderbar. Oh, schön warm, der Stuhl. Ja, vielen Dank. Äh, wer sind der Erste, der aufwacht? Neun Uhr? Ähm, das sind ja. Ach, das sind? Okay, gut. Ähm, dann kann das sind. Dann ist das sind der, der Frühstück machen darf. Schon wieder? Frühstück. Frühstück. Warten mal auf. Waffeln oder Pannekuchen? Waffeln klingt schon geil, ne? Waffeln ist schon was... Hämmen, 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 Hämmen. Ich bin... Ich bin... Das sind jetzt so gut, außer dass der Oren hat. Ja, hier... Bethofen auch. Bethofen, ja gut, der muss auch mal hier, äh, wieder phrasen, ne? Irgendwie geht's uns die beiden hier irgendwie scheiße, ne? Aber gut, wir haben auch alle Hunger. Das steht jetzt auf. Ja, komm, das wollen wir uns nicht angucken. Wir müssen den zurückverwandeln. Ja, also... Ist... Ist dieser Froschkuss, ich weiß es nicht. Also ich denke ja, das ist das, die... Irgendwie kann man jetzt nicht den Rest des LPs, äh, ein Frosch bleiben. Ne, aber einfach mal noch ein neues Elixir mischen, vielleicht funktionell ist. Man weiß es nicht. Wer weiß, vielleicht geht's ja wieder weg. So, ja komm, steh auf, Chef. So, 39, guten Morgen. Platz 8 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob du es hinkriegst. Ach, der Beethoven ist auch schon sagt, was? Robbenbecken. Ja, fuck you, ich wollte schlafen. Alter, na, du bist ein Witzbein. Willst du aufs Bett machen, was wir... Oh, komm mal wieder gucken. Kann man hier aufs Bett machen? Ein Nickerchen, mach mal ein Nickerchen. So, ja, äh, ich will mir noch nicht, ist das zu essen. Ich wollte gerade sagen, der will jetzt aus Nacht fressen. Abenteuerlustig. Oh, cool. So, was kann ich denn in der Zeit machen? Was? Computerspiele spielen. Ja, das ist ja gerade am Zubereiten für alle. Kann ja nicht so lange dauern, gärda. Gärda. Ich weiß nicht, ob ich Gäle oder Oder sagen soll. Ja, und dann war es Gäle. Ja, Gäle. Ja, Gäle. Wie Hesse, wie Sari ja auch Gäle. Ja, natürlich. Du bist kein Hesse. Ich bin ein... Asche, Beche. Nein, hessisch ist... Computer kaputt. Nein. Der sitzt da einfach. Weißt du was? Der kann nochmal hier Zimmern rufen, plaudern. Die Gracie, die gute. Die Grazie. Die Grazie. Und ich habe immer noch den Vogel im Inventar übrigens. Was für ein Vogel? Picasso, den ersten. Picasso, der zweite sitzt da oben. Gracie. Hallöchen, Puppechen. Guten Morgen. Piep, 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 piep. Hey, wie geht's? Ich muss gerade ganz kurz weg. Gruppel, fünf Stunden noch warten. Ich glaube, du musst dir neue Sozialkontakte suchen. Ach, sei still. So, der Chef hat Hunger. Ah, mit dem Handbestimmten lassen ist okay. Hör mal, Daste, mach mal hin. Ja, nur weil du ein Frosch bist, heißt das nicht, dass du... Waffeln brauchen ja nur zwei Stunden im Backofen. So, hat geklappt. Geil. Wunderbar, so. Frische Waffeln. Teller nehmen. Teller nehmen. Und er ist schon dabei. Ach, wunderbar. Die sehen schon gut aus, ne? Hat er gut gemacht? Ja, ja. Mit gut Qualität, normal. Mit was hat er die denn gemacht? Mit Liebe. Ja. Ich sehe da hier Butter ist da drauf anscheinend. Warum auch immer. Sieht aus wie die, die man bei Aldi kaufen kann, ne? Nur aus dem Backofen. Nur aus dem Backofen, ja. Oh, nicht verschlucken, Junge. Sie sind so lecker, da werden wir direkt die ganze Waffel auf einmal. Hm, ja, aber hallo. So, Chefi, du bist auch gleich wach. Und du musst hier deine Gelegenheit abschließen, ne? Mal gucken, ob wir da gerade hinkommen. Da musst du auch... Wo war das hier, ne? Äh, ein Seminar teilnehmen. 15 und 17 Uhr. Montag, Dienstag, Mittwoch, dann Mittwoch. Ja, okay, das ist gut. 15 Uhr. 15 Uhr dran denken, richtig. Kann ich bis dann ja was malen, wenn ich fertig gegessen habe. Ja, genau. Denke ich nämlich auch. Schiu. Das ist unsichtbarer Bordmobil. Ja, die Textur brauchen wir noch mal ein bisschen lang. So, dann gehen wir mal an den Alchemie-Tisch. Hoffentlich funktioniert das. Am Ende kommt dein Eselskopf raus oder so. Das wäre ja echt... Gott, das wäre die Höhe. Picasso, was machst du denn? Picasso, gleich erst mal auf dein neues Bild. So, einmal aufs Klo benutzen. Ist heute Arbeit? Jawohl. Ah, sieht gut aus, ne? Ich könnte wieder mal befördert werden, glaube ich. Warte, das denn ist jetzt oben? So. Ähm. So, erst mal hier so ein Knallerbse rein. Ähm. Und, ähm, Stein, können wir auch mal reinschmeißen. Steine haben mir schon viel gebracht. Und Kotze. Und Kotze. Kotze muss auf jeden Fall rein. Oh, Knallerbschen, oder? Eine Prise. Eine Prise. Und dann hier mit meinem Stock umrühren. Brodelt ganz schön, ne? Hm. Also, in dem Zimmer wollte ich nicht mehr schlafen, ne? Das sieht echt ecklich aus. Vielleicht ist das so Froschschleim oder so was. Hm. Froschkotze. Ja. Könnte man so auch sehen, ja. Ähm, ja. Was machen die anderen Herrschaften? Du könntest mal wieder malen gehen, ne? Tieren. Ach. Du bist ja schon am Malen. Das ist ja Wahnsinn. Und ich hier mache ja irgendwie gar nichts. Bist du arbeiten nicht? Aber bitte ich arbeiten nicht. Okay. So. Ja, funktioniert. Ne? Mhm. Aha. Hat geklappt. Aber er muss es verkaufen, sonst wird das nichts. Hm. Inventar. Was war das? Elixier trinken, Elixier auf Sim werfen. Wir müssen den oben fahren, nö. Wie, 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 wie kann ich das denn jetzt verdient? Da steht auch was von Verdiensten, ne? Hier, Verdienste. Ja. Finanzen mit Beförderung, 120. Ähm. Ähm. Äh, von der Session wird erwartet, dass Herr Große, wie war ich, sind wir hier noch erstellen, äh, nicht mehr, sondern wenn sie sich auch an und zeichnen, sie wirken auch. Ja, kommen wir den Verraten auch hier schon gelagert an, dass Sims verkaufen werden, die sich ein wenig mal aufputschen möchten. Ha, verkaufen. Komisch. Kann ich jetzt zum, äh, Elixierladen gehen, oder was? Hier ist doch irgendwo einer. Frag mich nicht. Ja, ich musste den irgendwann mal, glaube ich, äh, ne, das nicht. Irgendwo musste ich doch hier meinen, äh, was ist denn hier los? Ach, Fernseher zurückkehren. Über hoch. Der nicht da ist. Ach, hier. Äh. Ja, gehen wir da mal hin zu, Alice, das Elixier, vielleicht kann man da ja die anderen Mann bringen, oder so. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Wie geht's mir? Ich muss ja gleich arbeiten, alles noch gut. Jo, außer du musst ein bisschen verschnupft sein. Kein Problem. Elf Stunden. Elf Stunden. Dann geht's wieder. Mein Bild nimmt langsam Formen an. Ja, das wissen wir nicht. Vielleicht nimmt es ja auch Gestalt an. Schöne Reflexionen gerade. So, Textur. Das. Wird mal ziemlich geil aussehen. Das wird mal ziemlich geil aussehen. Nur, dass die Textur halt gerade ein bisschen schon uns gespoilert hat. Na, egal. So. In vier Tagen ist Herbst. Ja, 30 Grad haben wir hier. Wahnsinn. Oh, ja, der unsichtbare Bootmobil hier wieder. Sieht man, was er ist. Ja. Römm. Römm. Steinauto. Steinauto. Römm. Wie die Feuerstein. So. Hallo Alistair. War der Leister oder? Wenn jetzt erst mal die Texturen kommen, dann sieht's bestimmt gut aus. Hallo Texturen. So, gerade die Frames haben einbrechen ein bisschen. Weil wir hier noch nie waren, oder? Hä? Weil wir hier noch nie eilig heute sein. Ja. Alter, ja, so langsam kommen sie. So reden wir mit Alistair hier, dem... Ah ne, Joey Klebe. Barsch. Barsch begrüßen, nein, freundschaftlich. Objekte kaufen, kannst du da auch, vielleicht ist da ein zurückverwandelnder Trank. Ja. Das wäre durchaus positiv. Ja, und da müssen wir vielleicht nochmal recherchieren, wie man denn... Einfach hinter die Theke gehen, Hallöchen! Durchsuchen, Klasse durchsuchen. Ja, Sir. Nur mal sowas Spaß. Ja, ja. Vollmond, ja. Fliegen fangen. Nee. Alter. Nee. Der macht jetzt nicht... Der fängt jetzt nicht wirklich mit deiner Zunge. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Geht jetzt Hunger hoch? Tatsächlich! Das ist ja absolut nicht gefährlich. Flup! 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 Oh, Mann! Scheiß die Wand an! Wir müssen die unbedingt zurückversorgen. Das geht so nicht! Ah, geh nach Elixieren kaufen. Ja. Das kann ich dann hier auch studieren. Der kann tatsächlich auch hier ein bisschen spielen. Das ist das selbe zwischen, ne? Ja. Äh, das gleiche. La... Via Lava Reisen? Das ist äh... Kann er das jetzt verkaufen, wenn er das dabei hat? Ach, dir muss er den Fernseher zurückgeben? Ja, das ist Kenji. Dann besser nicht ansprechen. Äh, äh... Kennst mich nicht? Ey, ich hab wohl die Muskeln als Frosch. Äh, ja, äh, ich hab ein Foto davon. Was? Hier, Spezial. Äh, was ist das denn ist? Nein, okay. Auf Fehler hinweisen. Ist total gut. Ne, ich glaub, du kannst nur meine Typen verkaufen, oder? Ich weiß es nicht. Angesprochen. Äh, ich bin übrigens ein echter Fan von... Sushi, ne? Ne, Brot, oder was das ist? Käse mit Stäbchen essen. Ich mein Kekse. Mit Smarties. Ja, aber Brot mit Stäbchen essen ist viel cooler eigentlich, ne? Weißt Bescheid. Kekse mit Smarties, ja. Brot mit Stäbchen. Vielen Stäbchen. Viel Brot. Okay. Ja, siehste, sag ich doch. Spitz. 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 Ja. Spitz. Objekte kaufen. Ja. Verwandeln. Ich bin arbeiten. Du bist auf dem Piss. Bitte was? Du bist allein. Und du musst an einem Seminar teilnehmen. Und du musst an einem Seminar teilnehmen. Und du musst an einem Seminar teilnehmen. Machen wir jetzt ja auch? Hab ich auch. Okay. So, äh, was hast du denn im Angebot, Sheve? Weißt du, ich bin ein Frosch. Und ich brauch echt Hilfe. Merke ich sie? Mhm. Josie Kleeblatt. Kommissionieren? What the fuck? Ah, kommissionieren ist, glaub ich, verkaufen. Ah!